Stell dir vor, jetzt bekommst du eine 10, hast du wieder eine 13. Ja genau. Weil das ist dann eine 1 wieder. Okay, was soll ich machen? Auf Hit oder auf Stand? Nimm mal einfach, du musst eine Karte nehmen. Nimm eine Karte. Es ist egal, es ist nicht so schlimm. Stell dir vor, jetzt bekommst du eine 10, hast du wieder eine 13. Hold up! Wait a minute! Something ain't right!